Best for Soil – Anerobe Bodenentseuchung. Praktische Informationen. Was ist das? Und wie können Sie es anwenden? Anerobe Bodenentseuchung, Schritt für Schritt. Hallo, ich bin Leendert, Wissenschaftler an der Universität Wacheningen in den Niederlanden. Ich werde Sie über die Anerobe Bodenentseuchung informieren, auch ASD genannt. In einem weiteren Best for Soil-Video werde ich auf die Vor- und Nachteile von ASD zurückkommen. Was ist ASD? Der Begriff ASD bedeutet Anerobe Bodenentseuchung. Diese Methode schafft zeitlich begrenzte Anerobebedingungen in der obersten Bodenschicht. Die meisten Krankheitserreger und Nematoden sind nicht in der Lage, solche Zustände zu überleben und sterben daher. Die ASD-Methode wurde in den Niederlanden und in Japan auf der Grundlage der Beobachtung entwickelt, dass Böden, die über einen längeren Zeitraum überschwemmt und überflutet wurden, weniger von bodenbürtigen Krankheitserregern oder Nematoden befallen waren. Dieser Effekt wurde durch Sauerstoffmangel in diesen Böden erklärt. ASD ist eine Möglichkeit, solche anaeroben Bedingungen künstlich zu erzeugen, auch in nicht überschwemmbaren Gebieten. ASD ist die Aufbringung von einer Tonne frischem Pflanzenmaterial, Gras oder Gründünger, pro Hektar und Zentimeter Bodentiefe. Oft werden 40 Tonnen pro Hektar in 40 Zentimeter Bodentiefe eingearbeitet. Der Boden sollte feucht sein oder benetzt werden. Die Oberfläche ist mit einer luftundurchlässigen Folie abgedeckt. Abhängig von den Zielorganismen sollte der Prozess maximal sechs Wochen andauern. Grundsätzlich ist jede Art von frischem Pflanzenmaterial geeignet. Dies kann frisch gemähtes Gras oder die Überreste von gerade geerntetem Kohl sein. Voraussetzung ist, dass es frisch ist. Also kein Stroh, Klärschlamm oder Kompost. Die Ergebnisse sind am besten auf sandigem Boden. Auf Tonboden sind die Ergebnisse unterschiedlich. Bei der anaeroben Bodenentzeuchung sind keine Glucosinolate beteiligt. Anstatt des Pflanzenmaterials stehen auch spezielle Produkte zur Verfügung, insbesondere um auf schweren Böden zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. Eine gute Verteilung des organischen Materials auf den ersten 20 bis 40 Zentimeter des Bodens ist sehr wichtig. Je kleiner das Material geschnitten wird, desto leichter wird das Substrat von Bakterien besiedelt und desto schneller kommt es zu einem Sauerstoffmangel. Für die maximale Vermehrung des Bodenlebens, welches die organischen Substanzen und den Sauerstoff verzehrt, sollte die Bodenfeuchtigkeit die volle Feldkapazität erreichen. Virtually Impermeable Film, VIF, eine nahezu undurchlässige Folie, verhindert das Einströmen von Sauerstoff. Das Bodenleben verbraucht den gesamten Sauerstoff. Dadurch vermehren sich Bakterien stark, die unter Sauerstoffmangel aktiv sind und dominieren das Bodenleben. Sie produzieren verschiedene Arten giftiger Substanzen, zum Beispiel flüchtige Fettsäuren, die viele Parasiten und Krankheiten bekämpfen. Wenn zum Beispiel durch Vögel Löcher verursacht werden, sollten diese so schnell als möglich geschlossen werden. Obwohl dies nicht die einfachste Methode ist, bietet sie Chancen. In Video 3 finden Sie Informationen zur Wirksamkeit sowie zu weiteren Vor- aber auch zu Nachteilen.